Das geht noch halbwegs, wenn man nur, wenn man nur eine Stellung finden muss. Hier waren wir noch nicht. Wir müssen ja für extra sogar in mir Gebiet. In welches Gebiet? Ich komme. I shall come to die aid. Scheiß Psycho. Das ist ein Suizid-Psycho, den ich in die Luft die Akkarte. Irgendwie ironisch. Ich habe ein Suizid-Psycho in die Luft. Findest du? Tja, schluss. Na ja, aber meine Regel ist eigentlich, ich teste happen, wenn it happen. Egal was man macht, es muss Scheiße passieren, da ansonsten noch schlimmere Scheiße passieren kann. Weißt du, es ist meine? Ja. Oh, Pandora Skek-Grill. Darf ich einen haben? Darf ich, darf ich, darf ich, darf ich, darf ich? Oh. Alter, ich treffe die Waffe nicht gerade, das ist so traurig. Also, ich treffe einen Waffen frei. Hörst du dich, Hupen-Zone? What the? Be on fire. Fühl dich gezerot. Bam, Sniperjagd. I'm a sniper, what are you? Woohoo! Ouch. Warum immer ich gerade verweckt bin? What the? Sniperjagd. Wirklich? Alter, beide? Und beide gleichzeit... Wie habt ihr das denn bekommen? Ach, Level Up. Ich habe einen Gegner mit meinem Raketenwerfer getötet, ich sag's ja. Wenn wir Gegner auf einen Keks gehen, dann kriegst du einen Raketenwerfer ins Gesicht. Uh, den hat's versplattert. Ja, das hast du eigentlich gesehen. Meine Frage, bleiben bei Physikshoch eigentlich möglicherweise auch gleich kalibrig? Äh, wenn ja, Artikularitätsgranate. Kein bisschen statistisch, oder? Nein. Schade. Oh, Booster. So, Schock mit Nebenfreunde. War das so ein Unter-Schock? Ich verstehe, dass ich nicht drauf habe. Pick dich! Pick dich selber! Ich weiß nicht, was passiert ist! Komm. Leute, komm mal, wir bitte das Teil runterschicken. Einfach links neben ihr den Kopf. Ein dickes. Ein sauberer Abschuss. Leute. Links neben dir ist ein Tropf. Ich kann's nicht runterschicken, oder? Kann ich's da machen? Doch, ich kann's nur noch schicken. Okay, der Knopf links neben mir ist für das Tor oben. Alter, mein Geschütz räumt auf. Schiech. Ist vollkommen noch am Leben, aber es hat aufgeräumt. Komm, komm, komm runter. Ich finde die Sechstimme scheiße. Ganz ehrlich. Okay, wollen wir jetzt schnell die Stimme einsammeln? Komm, komm, komm. Stimme, Stimme. Na toll. Na toll. Ich hab mich selbst in die Luft. Wer bereit? Ich musste sie loswerden. Warum bin ich mit dem Explosionsradius noch gewesen? Will der mich verarschen? Durchsuche den Friedhof nach The Bane. Ja, der letzte Standpunkt. Ähm, der Friedhof ist... Ach, er hat eine Karte seitdem. Ja, mhm. Eigentlich würde ich sagen, dass wir, glaube ich, hier erstmal aufweilen. Aber wir schaffen noch. Zehn, fünf Minuten maximal. Also, fünf Minuten haben wir noch und wir müssen dafür auf der anderen Seite karten, Leute. Voll. Schaffen wir nicht mehr. Hm. Hey, mein Turret, du Arsch. Mit der Tidio-Waffe selber getötet. Das war mein Geschütz, du Arsch. Mein Arm ist geschützt. Mein Arm ist geschützt. Du hast es provoziert. Nicht wahr, Chris? Ich hab keine Ahnung. Mann, er hat es geschützt. Ey, einfach mal One-Hit-KO. Ist mit meinem... ...Death-Trap genauso. Okay, geh nach den Tidio ein bisschen länger durch. Geh mir noch gequizzt ab. What the? Achso. Mann, hört mir die Scheiße an. Ich weiß. Hier gibt's Medikets und Schilde. Ein explosiver Spike-Shield. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Wie das Schild eigentlich am Körper aussehen muss. Ich meine, du hast ein... Äh... ...Explosive Spikes an deinem Körper amontiert. Ja, und? Wie das aussehen muss. Total scheiße. Long-Boom-Gernade. Flasht, flasht, flasht. Flasht. Ja. Wenn das Geld stimmt, rette ich dir dein Leben. Auch nur wenn das Geld stimmt. Sully. Ich hoffe, du bist geimpft. Ah ja, wenn die Kohle stimmt, rettet er mir sein Leben. Du und mich auch. Mhm. So geht's auch. Lass uns die Mediketskanate? Denk daran, wir haben immer geöffnet. Ja, allerdings eine, die ein wenig umher fliegt. Ernsthaft? Ah, hier ist so gleich. Was ist denn? Das kommt davon, wenn kein Gegner da ist. Hahahaha. Falsche Richtung. Was ist das? Die ist da durchgeflohen. Verdammt. Fliege und Sieg. Moment. Zäurefütze, lande auf uns. Es regnet Zäure. Huda, wie angenehm. Ja, ich bin später noch weg. Och, wir haben fünf vorher. Oh. Ja. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.